das war korban glaube ich wo der steht schon mit seinen knarren typen lassen wir mal in ruhe wo das flugs war das war doch hier was lässt es da eure märkte hier war dieser komische durchgang oh ja hier haben wir noch einen keeper sehr schön bringt doch immer ein bisschen kohle was ja auch nicht schadet was ist denn da was ist denn da super Super. Jetzt haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Was ist hier hinten wahrscheinlich? Dank. Nee, war es nicht. Sag mal. Nee, meine Güte. Orientierungssinn und ich, das ist auch so eine Sache. So eine never ending story. Aber nun. Auf dem Weg. Also irgendwie. Es tut mir leid. Aber jetzt. Alle guten Dinge sind drei, ne? Hier ist es aber nun wirklich. Wäre schon lustig, wenn ich das so peinlich höre. Okay. Also können wir den jetzt erstmal freischalten? Das heißt, wir können jetzt ab sofort direkt auch hierhin reisen. Gucken wir uns das jetzt mal an. Okay. Okay. Jeder weiß, dass Fist mit den Kriminellen unter einer Decke sch... Hey, schön, hier noch einige Menschen zu sehen. Ja. Konnte man doch irgendwie irgendwann mal tanzen. Geht das erst später? Die Musik ist interessant. Ob ich wohl eine Kopie finde, um sie mit zur Flotte zu bringen? Das weiß ich nicht. Ja, noch geht's nicht. Auf jeden Fall konnte man's dann später mal. Nicht jeder. Mir sind die Hände ge... Ich warte auf jemand anderes. Ja, ist schön für dich. Okay, hier können wir definitiv mal ein bisschen nachgucken, was wir hier finden. Okay, wir können spielen. Kommen Sie so nah wie möglich an 20 heran. Okay. Dann viel Spaß beim Keksraub. Okay, kommen Sie nah wie möglich an 20 heran. Und darüber, das ist also sowas wie Blackjack, so nah. Okay, wir spielen mal. Ja, machen wir mal weiter. Das könnte schon... Komm schon. Sehr gut. Dann zahlen wir... Lassen wir uns was auszahlen. Jo, ich hab mal gewonnen. Nein. Und das ist irgendwie blöd. Hier ist der Hocheinsatz quasi. Okay, kannst du dann schon... Okay, das hatten wir doch schon. Ja. Lass dir schmecken. Nehmen wir noch einen Kieber. Sehr gut. Ich glaube, die Maschine wurde manipuliert. Jemand transferiert Kredits auf ein privates Konto. Ich werde versuchen, das Signal zu orten. Oh, krass. Oh, krass. Die bescheißen Leute. Das ist Niedrig-Einsatz. Okay. Ach, nur 20 Kredits. Nein. Auch nochmal Niedrig-Einsatz. Nein. Gut, dann machen wir nochmal einen. Noch einen Satz. Den machen wir noch. Wenn ich eins zu Hause habe, dann Milch. Kann mir vorstellen. Ah, da geht noch was. Dann machen wir mal hier mal. Geht doch noch, oder? Oh, sehr schön. Haben wir noch was gewonnen. Ja, super. Du hast... Sehr schön. Glückwunsch zum Keksraub. Der wartet immer noch auf jemand anderen. Aber hier unten gab es, glaube ich, noch Leute, die was... man anwählen konnte. Doran. Doran. Rita. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte Sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadell-Sicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadell-Sicherheit? Nein. Das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten. Um Jenna nicht zu gefährden. Vielleicht kann ich ihr klarmachen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Heute, glaube ich, auch noch was. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Aber zu tanze ich auch, wenn es mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Einer ist ja gehackt. Ja, das hast du eben schon gesagt. Was können Sie mir über die Schwestern sagen, die für Sie arbeiten? Nun, Jenna ist weg und arbeitet jetzt in Koras Nest. Jetzt macht sich ihre Schwester Rita Sorgen, dass sie in Gefahr sein könnte. Aber Jenna wird kaum ihre Meinung ändern. Sie ist ziemlich dickköpfig. Wenn Sie zurückkommen will, ist Sie herzlich willkommen. Die Kunden liebten Sie. Okay. Ich muss jetzt weiter. Viel Spaß hier im Flux. Okay. Ne, da würde ich sagen, gehen wir dann gleich ins Koras Nest. Ich würde jetzt bloß einmal ganz kurz eine kleine Pipi-Pause machen. Ich bin dann sofort wieder da. Und dann geht es auch wieder weiter mit Mass Effect. Also lauft uns weg und... Ja, ich denke mal in 5 Minuten spätestens bin ich wieder dabei. Ich habe immer ein bisschen mehr Zeit. Einen Plan. Bis gleich. So, und da bin ich wieder zurück. Und ja, jetzt kann es weitergehen. Wir waren stehen geblieben, dass wir jetzt erstmal mit... Jennas Schwester Rita gesprochen haben. Und die macht sich ein bisschen Sorgen um ihre Schwester. Und da gehen wir gleich mal ins Koras Nest. Und schauen mal, ob wir da mit ihr sprechen können. So, jetzt ist es auch in den Bezirken. Genau. Jetzt haben wir wieder Ladebildschirme. Guck mal mal, was wir da machen können. Im Herrenclub. Da haben wir überall Ausrufe zeichnen. Wir können richtig viel machen. Ich glaube, da steht sie schon. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Ich werde hier warten. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie nicht hier sind, um zu trinken? Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadell-Sicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen Sie alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Sie tut so, als wäre sie tapfer. Ich habe zu tun. Die anderen Kellnerinnen können Ihnen helfen. Hm. Okay, dann gehen wir erst mal wieder zurück. Ach, hast du verdrückt. Äh, wo stehst du jetzt hier? Treffen Sie mich an der Zitadell-Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Was haben Sie eben gesagt? Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge denken, Sie könnten sich alles erlauben. Das war seltsam. Was wollte er uns sagen? Das sollten wir lieber herausfinden. Mag die Musik nicht. Mag die Musik ganz und gar nicht. Okay, das hatten wir ja schon mal. Schellig zu sprechen. Zielsicherheitsakademie mal wieder. Mal wieder. Ja, wir machen heute einen schönen Zitadell-Tag. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was Produktives machen können. Ein bisschen Skill zeigen. Okay, das war jetzt wieder. Ja, jo. Okay. Vielen Dank. Okay. Mal gucken, wo wir hin müssen. Da hinten. Okay, alles. Mal sehen, was uns der Celic zu sagen hat. Hier waren wir ja schon überall. Genau. Okay. Ich bin Detective Celic. Kommen Sie mit ihm ein Büro. Ich würde das gerne unter vier Augen besprechen. Na dann. Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Ich verstehe nicht. Sie hätten Jennas Deckung auffliegen lassen können. Wir waren dort, um ihr zu helfen. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, Sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten Sie genau im Auge. Müssen Sie für ein paar Informationen wirklich Ihr Leben riskieren? Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Denken Sie immer voraus, Detective? Gehört zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht. Sie sind schlau, Celic. Finden Sie einen anderen Weg. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Sie ist nur Option A. In Ordnung. Okay, ich mache Sie los. Hole Sie sogar aus Korras Nest raus, ohne Gegenleistung. Aber... Aber mein Fall ist immer noch ungelöst. Wollen Sie mir nicht helfen? Okay. Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller her. Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jennas Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Citadel gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Warum machen Ihnen diese Mods so große Sorgen? Wir haben Zugang zu den fortschrittlichsten Waffen, die es gibt. Das verschafft uns Vorteile. Was meinen Sie passiert, wenn wir die verlieren? Diese illegalen Mods verschaffen Verbrechern einen Vorteil, den wir nicht zulassen dürfen. Ja, ja. Okay. Jax wird mir sagen, wo diese Mods herkommen. Nein. Wenn Sie Jax umbringen, macht das meine ganzen Nachforschungen zunichte. Nee, den wollen wir schon nicht umbringen. Jax wird mir sagen, wo diese Mods herkommen. Nein. Wenn Sie Jax umbringen, macht das meine ganzen Nachforschungen zunichte. Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass Sie der Käufer sind. Viel Glück, Commander. Okay, wow. Schöne Erfahrungspunkte. War das für ein Piepen? Egal. Gucken wir jetzt nochmal. Untere Bezirken. Alles klar. Ja. Da piept irgendwo was. Ja, egal. Gehen wir mal gucken. Ob wir da was finden. Untere Bezirke. Die sind, glaube ich, gar nicht so weit weg. Ich werde das, glaube ich, nie auswendig lernen. Da ist das Ausrüstungsbüro. Im Präsidium zu den unteren Bezirken. Da. Würde ich sagen, machen wir gleich mal dorthin. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hana-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hana nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hana-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Das hören wir uns immer an. Wir werden keine Fahrstufe orten übersprungen. Jetzt bin ich schon wieder falsch. Nee, doch richtig. Unten ist Action. Warum? Ach, jetzt sind die aber noch alle dort. Na, klasse. Den hat man schon. Hatte ich schon vorhin mal getestet. Hm. Oh. Aber ich hoffe, der Korban lässt uns in Ruhe. Aber da unten scheint ja jetzt, wenn wir hier noch ein paar Quests sammeln, ist das unten dann wirklich mal in den unteren Märkten wirklich der komplette Umschlagplatz für alle möglichen illegalen Machenschaften. Den hat man auch schon, das weiß ich. Hier hinten noch irgendwas. So, dann gehen wir einfach mal runter. Dachs und da ist Korban. Also, ihr seht, hier sind jetzt ein Haufen Söldnereinheiten. Das heißt, es könnte gerade lustig werden. Stehen bleiben. Das ist nah genug, Soldat. Haben Sie mein Geld? Haben Sie die Mods? Zeig ihr die Waren. Das sieht gut aus. Ist sie auch. Diese Mods sind die besten am Markt. Geben Sie mir jetzt meine Credits. Ich nehme sie fest. Das ist eine Falle. Wir wurden reingelegt. Was zum Teufel haben Sie vor? Wir sollten doch nicht umlegen. Hier ist ihr Geldjax. Haben Sinn für Humor, was? Wer bringt sie eines Tages noch um, Soldat? Kommt Männer, wir sind hier fertig. Gott sei Dank. Was war denn das für eine blöde Aktion? So, gerade noch ein Let's Play für den Arbeitgeber aufgezeichnet. Jetzt kann ich wieder zuhören. Sehr schön, willkommen zurück, Robocon. Und mit Korban spreche ich jetzt einfach mal noch nicht. Ich glaube, hier kamen wir doch. War hier hinten nicht auch noch ein Schnellreisesystem versteckt? Oh ja, ne? Ja. Das heißt, wir machen wieder in die Zitadell-Sicherheit. Oh, und dann gucken wir mal. Das läuft doch gut. Wir können mal ein bisschen was auf der Zitadell heute erledigen. Das kann ich. Habe ich heute überhaupt schon geschossen? Ich glaube, ich habe heute noch gar nicht geschossen. Also mal gucken, dass wir jetzt mal vielleicht ein bisschen Action reinkriegen. nicht, dass wir wirklich drei Stunden lang nur quatschen. Ein bisschen Gameplay wollt ihr ja auch sehen. Aber wie gesagt, da gibt es nicht viel zu sehen. Ah, 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 ah. Da. Denke ich. Ja. Das ist korrekt. Genau, man sieht ja schon auf der Karte. Da müssen wir hin. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Dann sind wir schon hier unten. nichts zu tun, als ich Jenner gehen ließ. Als nächstes brauche ich diese Mods als Beweisstücke. Danke nochmals, Shepard. Ja, gut. Sehr schön. Das hat auch ein bisschen was gebracht. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Gameplay. Wir machen jetzt erst mal wieder... Was ist jetzt hier hoch? Ich weiß immer nie, welcher Fahrstuhl was war. Doch an der Karte. Präsidiumstechniker versuchen herauszufinden, warum sich ein Computersystem vor kurzem auf katastrophale Weise überladen hat. Die Techniker sind sich bisher nicht sicher, wodurch die Fehlfunktion verursacht wurde. Sie wissen auch nicht, wozu dieses System ursprünglich diente. Der Zitadell-Sicherheitsdienst untersucht den möglichen Vandalismus oder Missbrauch öffentlichen Eigentums. Machen wir das? Ich weiß, wir haben hier... Ich glaube, für alle möglichen... Zwischenfälle auf der Zitadelle sind zu 90% wir schuldig. Den, den Keeper, hatten wir den schon. Stimmt. Wie willst du was sagen? Ich glaube, den hat man auch schon. Wie viel haben wir jetzt? 15, glaube ich. Ausrüstung. Brandmunition. Okay. Nehmen wir natürlich. Ausrüstungssachen haben wir aber eigentlich ganz gut. Die anderen beiden rüsten wir jetzt erstmal nicht aus, weil wir nehmen dann auf jeden Fall wieder die Jungs mit. Bereithalten, Landungsdruck. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Dann gucken wir mal das mal vielleicht. Vielleicht machen wir sogar in der Hauptstory weiter. Dekontamination aktiv. Oder noch ein paar kleine, mal gucken. Dekontamination aktiv. Okay, wir sind aber eigentlich wieder zurück. Mit ihm hatten wir ja schon gesprochen. So, da würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal los. Machen wir mal wieder ein bisschen Action. Äh, wir wollten doch vielleicht auch mal eine... Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander, die Story von Miss Aljelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Sie hätte Sie nicht so überfallen dürfen. Aber Sie haben sich gut aus der Affine gezogen. Oh Gott. Da hatte ich schon Angst, dass ich so viel gesagt habe. Das war ganz am Anfang von der Aufnahme heute. Ja, das hatte ich nämlich befürchtet. Das Interview war ziemlich gut gelaufen. Und dann zum Ende rutscht mir halt raus... Rutscht mir halt raus, äh... Dass, äh, wir Saren als abtrünnigen Specter jagen. Das war dumm. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich werde ihn nicht wieder erwähnen, Sir. Zumindest wäre ich Ihnen dafür dankbar, Commander. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Fünfter Flotte Ende. Das war echt ein bisschen blöd. Aber wir wollten doch eigentlich mal in den Atem ist... Da gab es doch gleich mehrere Quests. Ja, der Kopfnebel, da gibt es dann auch noch was. Ja. Da gab es auf jeden Fall zwei Quests, weiß ich. Da müssen wir mal gucken. Da bin ich gerade. Ja, der Kopfnebel. Okay, dann warten wir ja schon, oder? Hier waren wir doch schon mal. Haben wir trotzdem noch zwei Quests? Ich weiß nicht, wie fast das ist. Landen, okay, hier kann man noch landen. Hallo, Douglas Titan, hallo! Warte, da müssen wir mal schauen, ob man... Ich glaube, hier war man noch nicht, oder? Da hat man auf jeden Fall irgendwas im Antimus Tower-Clust. Okay, wir nehmen Rex und Garros mit, wie immer. Yep. Könnte sein, dass wir die noch hochleveln müssen, weil... Ich glaube, hier waren wir doch schon. War in Stufe 1, glaube ich, ne? Ah, stimmt, wir können erst mal... Oh. Hier kommen ja... Ei! Hier kommen die Tauriten runter. Elektronik hat er immer noch sehr wenig. Waren wir doch noch nicht. Dann gehen wir erst mal zu diesem Notsignal. Ach, gerade. Oh, hier sind wir echt nicht schön. Das ist wahr, so ein ähnlicher Planet. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das sieht aus wie ne Falle. Ich wusste es. Ein Drehschlumpf. Wow, warum? Oh Gott, ich hasse die... Ich hasse diese Drehschlunde. Verdammt, da kommt er. Oh Gott, ich hasse die Drehschlunde. Verdammt, da kommt er. So, jetzt hat er hier die Action, die er unbedingt voll wird. Mein Gott. Ich bin jetzt immer noch hinterher. Ja, ich versuch's. Ich hasse es. Ich hasse es. Nicht schon. Du bist doch tot. Warum schießt du noch? Du hast doch gar kein Leben. Okay. Ach du Scheiße. Stop. Das haben wir geschafft. Mein Gott. Okay. Das sieht nicht gut aus. Der macht gleich Feierabend. Offenbar unterstehen diese Männer Admiral Kaukos Kommando. Er wird wissen wollen, was hier passiert ist. Okay, dann nehmen wir hier das noch mit. Also das... Der sieht jetzt nicht mehr... Oh mein Gott. Kann ich den Opüler reparieren? Wie ging denn das? Das war nicht so toll. Also so ein Drehschlundchen. Hier hinten haben wir noch irgendeine Anomalie. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Okay. Und wo meinte ich was? War es nochmal? Ja. Ja. Jetzt kommen wir dann zu der Grenze. Grenzgebiet. Dann können wir noch ein bisschen mehr reparieren. Das Ding wieder ganz ist. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch so ein Drehschlund. Ein Mumifizierter Salarianer. Da bin ich mal gespannt. Hier haben wir das auch. ID-Tag gefunden. Die haben Captain Milans ID-Tag gefunden. Wie es hier herkam, bleibt ein Rätsel. Okay, das heißt, ein Tagebuch ist irgendwas gefunden nach Kampfzeiten. Okay. Okay, insgesamt existieren mehrere Medaillons des Salarianerordens und einige ID-Tags, die über diese Systeme verteilt sind. Die suchen danach, muss ja aufwendig gewesen sein, und ja gedauert haben. Also das kann noch eine Weile dauern. Ja, und dann war hier irgendwo noch, ja, Grümmer, die gucken wir uns noch an. Schauen wir noch, ob wir da noch was finden. Und dann können wir diesen schönen Planeten schon wieder hinter uns lassen. Ich weiß nicht, ich glaube, das mit den Meteoriten, ich weiß nicht, ob es das schon in der originalen Version gab. Oder ob die das noch ein bisschen, um es ein kleines bisschen mehr anzupassen, noch eingefügt haben. Das weiß ich nicht. Was wir mal für Trümmer finden. Okay, das ist auch eine Sonne oder irgendwie sowas. Eben im Gelände. Schauen wir mal. Oh, na klasse. Mensch. Ach Mensch, das ging doch um. Es ist, glaube ich, jetzt zu spät. Oder kann man es bei dem Squad nochmal... Das geht alles nicht. Er hat halt leider zu wenig Elektronik. Weiß nicht, ob es bei den anderen Squadmates so ist. Auf jeden Fall können wir jetzt hier erstmal runter. Muss mal gucken, ob wir irgendwann nochmal hier hinkommen. Das ist halt ein bisschen doof. Ich hatte ja eingestellt, dass wir die Squadmates, dass die automatisch leveln. Weil ich nicht hundertprozentig weiß, was für die gut ist. Hätte man vielleicht doch nicht machen sollen. Und wir measurementsieren. Aber jetzt ist das, was wir jetzt alle machen können. Und wir sind das, was wir sehen. Und hier haben wir sehen. Und wir aber auch hier. Vielen Dank.